Hey, wir gucken mal einen Nazi-Laden. Hier hat man jetzt den Thonsberg. Das ist eine der führenden Klamotten-Boutiquen für einen etwas anderen Geschmack, würde ich sagen. Aber das Schild sieht aus wie von so einer Versicherung, oder? Das sieht auf jeden Fall schick aus. Schnittig, würde ich mal sagen, wie auch die Klamotten. Ich finde, eure Antifa ist grammatisch. Nee, das ist wie so Blutsbrüderz. Ach so. So No Nazis. Aber es sind doch Nazis drin. Ja. Ach so, du meintest, du meintest. Schlechte Bestriftung. Das führt ein bisschen in die Irre. Das sind vielleicht die Nazis, die sich selber angeschrieben haben. No Nazis. Aber was ich auch gut finde, habt ihr schon das Hotel von KIZ gesehen? Das ist nämlich gleich daneben. Ja, weil das Ding ist ja, dass morgen früh die neue Thorsteiner-Kollektion rauskommt. Wir zelten halt hier quasi schon. Wir campen direkt schon davor. Wir campen halt schon davor, um gleich die ersten Zeichen, die es kaufen. Wenn man sich schon wieder an immer auf dem Setup- amen? Also bekommt das اس- war. Ich weiß nicht, dass immer wieder eine Richtigkeit anirnage und Pen effektivität ist. Hier ist wirklich tot.